Der Hund rennt da super hektisch auf und ab auf einmal. Hier ist doch eine Falle. Ich bin jetzt nach links gegangen eben. Ich meine, das habt ihr ja gesehen. Ich habe aber nicht geredet dabei. Warum ist hier eine verdammte Falle, wenn hier doch nichts beschützt werden soll? Das verstehe ich nicht. Deswegen hat der uns bestimmt auch verfolgt letztes Mal. Der hat uns gesehen. Oh, ich bin am Zittern gerade. Auch weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Wo geht es hier weiter? Hä? Übersehe ich hier irgendwie eine Abzweigung oder sowas? Ne, ne? Wir sind an dem Hund vorbei. So, das. Wir sind an dem Hund vorbei auf die andere Seite des Raumes gekommen. Und hier ist einfach mal nichts. Warum ist hier nichts? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich kann mich jetzt noch tausendmal hier im Kreis drehen. Ich werde es nicht finden. Was ist denn das? Liegt nur auf meinem Mausbett im Weg. Ah! Da ist die Falle. Links ist der Hund. Geradeaus ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Jetzt geraschelt. Ich verstehe es nicht. Links vom Hund gab es keinen Ausgang. Rechts, meine ich, gab es auch nichts. Ich gucke es nur einmal mit Taschenlampe hier, aber... Hier hat sonst der Hund gekillt. Ich muss da nochmal rein, zum Hund. War das ein Blitz oder war das irgendwie ein... Das war ein Blitz, ne? Das war ein Blitz, das war ein Blitz, das war ein Blitz. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Links geht es auch noch rein. Es ging... Also wenn man jetzt von eben... Blumen! Blumen! Wenn man von eben kam, ging es links rein. Von uns aus gesehen jetzt rechts einfach am Hund vorbei. So einfach, ne? Oh, bitte, bitte snack uns jetzt nicht weg. Batterien? Nein. Vorsicht auf Fallen. Es sind auf jeden Fall Blumen hier. Huch! Mein Handy ist noch auf laut. Was ist denn das? Eine Pfütze. Die Blumen waren woanders, ich weiß. Hier ist nix. Wir haben keine Batterien mehr. Sicher hätten wir jetzt die eine mitgenommen. Dann hätten wir jetzt noch genau eine. Eine. Blumen, Blumen, Blumen. Falle? Falle ist eigentlich... ziemlich... gut. Naja gut, die eine war ja auch total... Aber vielleicht gibt es hier noch eine Batterie. Warte. Warte. Ach nein, es gibt keine Batterie. Oh bitte, ich will hier raus. Ich will aus diesem Level raus. Ich will hier raus. Ich laufe jetzt aber nicht zurück gerade, oder? Oh Gott. Ich hoffe nicht. Das wäre ja scheiße. Das mit den Batterien wird echt knapp, Leute. Das wird wieder echt knapp. Oh. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie so einen Batterienfachhandel, oder so. Muss auf jeden Fall ein bisschen abseits der Wege gucken. Könnte man vielleicht noch die eine oder andere Batterie ergattern. Das ist mir jetzt zu weit abseits der Wege. Hier ist eine Pflanze. Da auch. Oh oh. Da ist eine Pflanze. Keine Batterien. Das sind so lange Gänge hier gerade. Gefallen mir eigentlich nicht. Ähm. Batterien. Hier liegen schon mal welche. Die packe ich jetzt aber noch nicht rein, ne? Ich weiß ja nicht, wie dunkel der nächste Abschnitt wird, aber dann... Ih. Dann haben wir schon mal ein paar. Uah. Jetzt sind wir eh nur noch auf einem... einem Funzelbalken. Das heißt, ähm... Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr wirklich beeilen. Das ist schon mal ein bisschen aus. Ich warte kurz. Ich glaube ja nicht, dass der Hund noch hinter uns her ist. Zwei Blumen direkt. Und da hinten ist die Blume. Das heißt, ich gucke mal hier um die Ecke. Nope. Nichts. Ich muss mal gerade sitzen bleiben, irgendwie. Ich kauere hier immer mehr zusammen. Taschenlampe bringt jetzt genau natürlich gar nichts. Äh... Blume? Blume? Da ist nix. Was ist das? Ein Blatt. Wow. Genau das Richtige, was ich gerade brauche. Boah, wie weit denn noch? Taschenlampe. Taschenlampe. Blume. Ich traue mich auch gerade nicht, irgendwie einen Schluck zu trinken, weil ich denke, ich muss immer, immer weiter gehen. Immer weiter gehen. Nix. Da hinten ist die Blume. Ich werfe mal einen kurzen Blick in die Ecke hier. Öh. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Gutes Zeichen. Ne. 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 Nicht noch einer. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ne? Ne. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich bin doch nicht im Kreis gelaufen, oder? Scheiße. 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 Das war auf jeden Fall ein anderer Gang Das kann doch nicht wahr sein Sackgasse Das kann doch echt nicht wahr sein Nein Ich bin jetzt von da hinten gekommen Da hinten ist er Oh oh Jetzt ist er nach rechts weggegangen Nein Nein Warum hat der Hund uns nicht genutzt Warum hat der Hund uns nicht genutzt Und den ganzen Weg wieder Oh kacke ey Wir sind direkt an dem Vieh vorbeigerannt Und der hat uns nicht erwischt Warum Warum nicht Da war ein Schatten drin Hab ich aber auch noch nie gesehen Gehe ich hier richtig Oh man Scheiße Da ist die Blume Dann glaube ich doch hier lang Ich spare die Batterien jetzt auch Boah Fängt ja schon super an Geh mal gerade aus Bist ja falsch Bist ja sowas von falsch Ach man Ärgerlich 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 Halt Blume Blume Da lang So jetzt bin ich wieder auf Spur Dieses Level ist Horror Sind wir schon wieder hier Müssen wir das Ding triggern Wie wir mit dem ersten Hund umgehen Wissen wir ja jetzt eigentlich Ich hoffe das klappt jetzt nochmal So Alles mal triggern Boah So Aha Was Bitte was Woosa Woosa Ich will da jetzt durch Und ich will dieses Level Hinter mich bringen Das gibt es doch nicht Das kann doch echt Nicht wahr sein Wie kann man denn so ein langes Level Hier machen und dann nicht mal so ein paar Punkte dazwischen Wieso verral ich immer diese eine Stelle hier So jetzt aber Das ist der Wahnsinn Echt Das ist echt der Wahnsinn So Ist die Wand wieder zu Da sind wir auch schon wieder Ja uh Falle Uh Falle So Und jetzt stehe ich wieder hier Genau in der Mitte So Diesmal hat es wenigstens geklappt Jetzt müssen wir nur an dem Hund vorbeikommen An dem zweiten Hund Und ich darf nicht noch welche Fallen reinrennen Und dann Weiß ich nicht was kommt Dann hoffe ich wir haben es geschafft Aber Ne Man weiß es nicht So das schaffen wir auf jeden Fall Hier ohne Batterien nachladen Wollte ich sagen Ich bin gerade irritiert von der Soundkulisse Ich lade doch nach Bin ich richtig Bin ich denn hier Blume Blume No way back Ah Schön Haben wir das schon gesehen No way back Ist schön Blume Blume Ähm Geradeaus Ne Och man 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 will dann aber auch irgendwann schnell durchkommen Aber man schafft es nicht So Falle Ähm Dort Das waren noch nicht die Fallen Ne Ah ne Spinnen erstmal Genau Die spinnen Jetzt weiter hier lang Da ist die Falle Da ist die Falle So So Und da hinten ist Hundi So und wir werden jetzt direkt nach links durchgehen Da läuft er Wir werden jetzt hinter ihm her nach links rein verschwinden Hier Ich bin falsch Ich weiß aber Warum bin ich falsch Wieso war da kein Durchgang Da hinten ist der Durchgang Da hinten ist der Durchgang Hat man es nicht gesehen oder Ich hoffe nicht Blumen Unsere Freunde die Blumen sind wieder da Ich muss hier auf jeden Fall Taschenlampe anmachen Da lang War da ne Blume irgendwo Ne Ah da sind Blumen Die leuchten ja zum Glück Jetzt müssen wir ja nur noch per Trial and Error irgendwie rauskriegen In welche Richtung wir jetzt in dem nächsten Hunderaum müssen Da kann ja Also nach rechts war schon mal reinfallen Ich glaube wirklich wir müssen einmal durch Weil da waren auffällig viele Fallen Oh bitte lass mich doch dieses Level bald schaffen Ich kann es doch nicht mehr sehen langsam Das ist das Problem Ich kann diese grauen Wände jetzt hier einfach nicht mehr sehen Wir sind hier an dem Koppis vorbeigelaufen Und wenn man die Wege kennt Es ist echt Man kommt relativ fix wieder hin Das erstaunt mich immer wieder Im ersten Moment verbrätst du irgendwie eine Stunde Um den Weg zu finden Und im zweiten Brennst du durch So in zwei, drei Minuten Äh Wo ist denn jetzt hier die Laut der So hier waren die zwei Das heißt No way back Hier auch Hä? Wieso steht denn hier No way back? Muss ich das verstehen? Hier ist die Blume Auf jeden Fall waren wir hier noch nicht Ich forsten Okay Ich mache es jetzt nochmal Äh Aber nach einem kurzen Päuschen Ja Bis gleich Was ist denn Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020